Wieso habe ich denn hier so viele glatte Granitwand so viel? Achso, vom letzten Mal noch. Bauen wir mal noch schnell paar Wände hier oben rein. Hier ist Harvey, Harvey Quinn. Ach, mir ist nicht zu viel. Muss ich den Hammer nehmen? Ja, es ist aber gemein, dass ich den Hammer habe. Alle anderen haben den. Nee, nee, ich brauchst den anderen Hammer nehmen. Du kriegst den gleich. Wir gehen nämlich gleich runter zur bösen Fleischwand. Die holen wir uns gleich nochmal. Aber dann schon alleine. Wie, alleine? Du willst alleine gegen die Fleischwand kämpfen? Nein, ihr alleine. Wieso das? Weil es gemein ist. Wie, was ist doch nicht gemein. Na, es ist gemein, dass ihr hier alle den Hammer habt. Und deswegen sollt ihr die auch alleine besiegen. Und dann, wenn wir die alleine besiegt haben ohne deine Hilfe, dann kriegst du auch den Hammer nicht. Musst du schon mithelfen. Ja, dann lasse ich mich halt sterben. Was? Auch mit meinem neuen Gold, den ich im Inventar habe. Mit neuen Gold hast du im Inventar? Ja. Schmörkel. Mann, ey. War das? Okay. Was war das? Das war ein Feuerball von einem Helfer. Mal sehen, wie mein Helfer reagiert, wenn ich das hier so mache. Mal gucken, was Canini hier so hat. Silber noch Farbstoff, Brau noch Farbstoff, Farb Bottich. Und Team, ich glaube, haben wir nicht schon den Farb Bottich? Ich werde mir niemals zulassen, dass ich die Stiefel kriege, niemals. So. Okay. Dann schmeiße ich das hier rein. Eins, zwei. Ja, warte, ich leg mal her. Kommst nicht weg da, oder? Ja, wo bist du? Ja. Bei deinem Haus? Neben deinem Turm. Neben deinem Turm. Neben deinem Turm. Oh. Warte. Tausch mal den Spinnenstab gegen den Koboldstab. Sag mal, darf ich mir auch die Flügel rausnehmen? Warte, das machen wir mal. Darf ich auch die Flügel rausnehmen? Ja, kannst du. Bienenflügel. Kannst auch die anderen Flügel nehmen. Sind zwei. Sind zwei Flügel? Ja, zwei Paar Flügel, einen für jeden. Die Schmetterlingsflügel sind, glaube ich, die stärkeren. Sag mal, ist die Spinne so stark? Sie ist effektiver wie der Kobold. Das ist ja cool. Hä? Die Hermesstiefeln habe ich aber schon. Ja, aber du hast die ja nicht... Ja, genau. Die hast du weggeworfen. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Nimm dir mal die Hermesstiefel bitte raus. Ja, Mann, aber ich verzauber die jetzt nicht. Nee, du sollst sie nicht verzaubern. Warte auf. Hast du die? Wo bist du denn jetzt? Renn mal nicht weg. Geh hier rein, wo die Mechaniker drinsteht. Komm zu mir. Nee, glaube ich nicht. Doch, wir wollen dir doch nur, damit du blaue Raketenstiefel kriegst. Guck doch mal. Die sind doch viel cooler. Guck mal her. Ich nicht. Ich finde Usi besser. Guck mal, so ist das immer. Sein Inventar ist brechend voll. Er kann nichts einsammeln. Okay, ist egal. Dann gehen wir runter zur Fleischwand. Guck mal, Papa. Warte. Guck mal hier, was ich jetzt mache, verrückt. Hm. Knete. Guck mal hier, Knete-Man. Komm, wir gehen zur Fleischwand. Okay. Haben wir eine Puppe dabei? Wir holen uns eine Puppe auf jeden Fall. Die Blücher, die schmeiß ich weg. Die braucht echt kein Mensch. Oh Gott, ey. Ich habe übrigens gerade gesehen, ich habe noch ein zweites Kobalt-Schild. Wieso habe ich noch ein zweites Kobalt-Schild bekommen? Weil du mir das weggenommen hast. Ich bin schon unten, hallo. Ja, warte. Ich lege das aber hier rein. Ich brauche es nicht. Mein ganzes Gold ist alle. Wo ist es denn hinzulegen? Welche Kiste ist denn jetzt die richtige? Boah, ich kriege... Ich komme... Also, ihr müsstet mal mal beschriften können, die Schulter. Das kommt mir jetzt selber nicht mehr klar. Guck, stopp. Du kannst die, äh... Wie denn? Ach, wie jetzt? Echt? Ja, wenn du es eröffnest. Da unten steht es. Ja, da unten steht es. Ich sehe gerade. Das ist der Hammer. Da bin ich nie... Das habe ich bei... Das ging glaube ich oft bei Android nicht. Geh mal hier rein. Fahr mal hier mal an. Geh mal da unten rein. Wie kommt man denn hin aufs Umbenennen, wenn ich da unten hin will? Okay, jetzt haben wir eine Budopuppe. Ach jetzt. Umbenennen. Papa, jetzt haben wir eine Budopuppe. Ja. Der Luca hat mir eine gegeben. Wie schreibt man denn hier groß? Ach, ist auch egal. Wo ist denn überhaupt der Text? Ich sehe den Text gar nicht. Ach, da oben. Da steht Ruhe. Jetzt schreibe ich da hin. Alles klar. Ich bin... Ich gehe krachen. Das habe ich echt auf dem Handy... Du musst aber das Kluge erst lösen. Genau. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Werk... Englisch auch noch hier. Nicht mal Englisch. Werkzeug. Und dann macht man irgendwie... Ent... Was mache ich dann? Kreis? Ne. Ach, das war falsch. Ich komme. Aber wie fliege ich jetzt mit dem? Ach so. Du musst zu Hause. Wie ändert man den Namen? Das ist ja der Hammer. Das weiß ich jetzt schon. Das kann ich... So heißt die Folge. Das wird wieder eine 1000-Aufruf-Folge. Wer... falsche Kiste. Weil jetzt ist... Ach ne. Ich habe alles rausgenommen. Ich habe alles rausgenommen aus Versehen. Das war mein Fehler. Spitzhacke. Dann kann der Hammer... Da rein. Weil ich habe einen anderen. Ich habe den. So. Ich habe auch... So ein Mendel habe ich auch. So. Und dann... Du musst zweimal auf springen drücken. So als hättest du so eine Raketen... Du hast ja nur die Raketenstiefel an. Da fliegt er ja auch. Und dann ziehe ich die eben raus. Na sag ich doch. Du sollst ja auch neue bauen. So. Die müsste ich wegwerfen. Na ja. Ein paar Pfeile sind mir nicht wert. Ich gucke gerade du... Wo sind denn unsere... Wo habe ich denn die Ausrüst-Items hingelegt? In noch gar keine Kiste? Das ist hier die Werkze... Ach guck mal. Werkzeuge. Ich geh krachen. Truhe. Dann nenne ich das jetzt hier. Ah. Ausrüst... Du musst es gedrückt halten. L2. Du musst es gedrückt halten. L2. Ja wenn er... Das ist wahrscheinlich der Teppich. Du musst es nicht. So. Ey jetzt weiß ich auch noch gar nicht. Aus... Gibt es hier auch ein Ü? Papa ich habe immer noch Doppelsprung und das geht nicht. Hier hinten ist es. Kann ich Doppelsprung nicht anlassen? Du kannst es auch alles wegnehmen und du brauchst bloß noch die Flügel. Weil das alles ist... Guck mal du hast dich da drüben mit einem Haufen Müll ausgerüstet und die Flügel können genau das gleiche wie der ganze Müll. Du kannst dir noch ganz tolle andere Sachen dazu packen. Aus... Rüstung habe ich geschrieben. Aus... Rüst... Tung. So. Jetzt kann man in die Kiste nämlich das reinmachen. Ach wie schön. Das ist ja mal nice. So. Ich habe hier nur noch Doppelsprung und das geht nicht. Dann mache ich Doppelsprung auch ab. Mach Doppelsprung auch ab. Dann gucken wir nochmal. Jetzt gucken wir mal was hier steht. So. Ähm. Das Wörterbuch ist ja... Achso. Darf ich mit Kobalt Rüstung machen mit eurem Erz? Okay. Das ist cool. Dann kriege ich gegraben. Darf ich die Wutepuppe reinwerfen? Na später. Noch nicht. Noch sind wir nicht unten. Aber du kannst gerne die Wutepuppe nachher in die Lava schmeißen. Ihr habt in einer Truhe Bienenflügel. Liegen. Das sind für mich. Das stimmt. Der hat der Makin gerade mitgebracht. Ich habe deinem Sohn eine Wutepuppe gegeben. Ja. Hatte nur eine einzige. Und Crazystar ist auch da. Hallo. Herzlich Willkommen. So. Ähm. Warte mal. Wo war das jetzt? In der Brauntour war das. Oh. Ich habe gerade so übelst geleckt. Du hast geleckt. An was? An dem Eis? Oder was? Nee. Aber guck mal. Jetzt habe ich den Doppersprung. Jetzt komme ich hier. Jetzt ist die Frage. Wenn ich die Stiefel... Brauche ich die Stiefel noch, wenn ich die Flügel habe? Eigentlich nicht. Grundsätzlich nicht. Aber mit den kombinierten Stiefeln rennst du schneller. Das ist ja die Kombination aus diesen Hermes Stiefeln und den Raketen Stiefeln. Da hast du recht. Da hast du recht. Ach du Schande. Ich bin tot. Machen wir es mal so. Bissi. Wieso bist du tot? Was ist passiert? Hehehe. Ich bin durch das Total gefallen und ganz oben wieder rausgekommen. Ach Knisch, man. So. Ausrüstung. Dann haben wir hier irgendwo Klamotten. Das hier. Jetzt kann ich die ganze Krotte umstrukturieren. Weil es mir Mark ihm erklärt hat, wie es geht. Hehehe. Terraria-Kisten umbenennen. Das ist ja... Ich hab nix. Ich hab wirklich nix und es geht nicht. Oder? Ich drücke zweimal und es geht nicht. Guck noch mal in dein Inventar, bitte. Wo ist das gedrückt? Soll ich dir sagen, was du falsch gemacht hast? Soll ich dir sagen, was du falsch gemacht hast? Ich kann es dir jetzt sofort sagen. Falscher Slot. Deine... Du hast die Flügel in den Optik-Slot gelegt, sodass das quasi aussieht. Es hättest du Flügel. Da hast du aber keine an. Du musst die Flügel nach rechts rüber legen. Wieso? Klam-ma-ten. Und das musst du aber mit allen Sachen machen. Verstehst du? Alle Sachen, die was bewirken sollen, musst du da drüben einlegen. Papa? Ja? Komm mal kurz her, bitte. Warte, ich will kurz, ich hatte irgendwas, was ich hier reinschmeißen. Ah, Ninjakapuze wollte ich da reinschmeißen. Ja, wo bist du? Ich bin hier. Bei wo? Hier. Hier. Du rennst noch mal vorbei. Ich will immer gucken, welche höher fliegen. Ach, jetzt willst du fliegen... Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht mehr. Bist du schon losgeflogen? Nee. Okay, deine fliegen relativ höher. Nee, deine fliegen höher. Nee. Ich glaube, die fliegen gleich hoch. Nee, warte. Warte, wir machen noch mal. Eins, zwei, drei. Los. Bist du schon weg? Das war nicht. Ich war schneller oben. Nee, Quatsch. Du warst schon wieder unten. Nein, dann stürze ich mal. So. Auf die Plätze. Fertig. Los. Was machst du? Ach so, du bist links von mir. Ich habe gerade auf Markim geguckt. Nochmal. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja, deine sind höher. Ja. Willst du die Bienenflügel haben? Ja, enttäuschen worden. Ja, das war mir so klar. Meine hat zwar meine Flügel. Die Flügel haben, glaube ich, auch den Effekt von diesem Hufeisen. Dass, wenn du runterfällst, keinen Schaden mehr nimmst. Okay. Ja, das habe ich schon. Den haben die Flügel. Ja, den haben die Flügel drin. Jetzt habe ich die Flügel weggeschmissen. Aber wer hat sie? Äh, die habe ich nicht. Ich glaube, ich habe dem Luca die Flügel zugeworfen gerade. Naja. Luca, hast du die Bienenflügel? Ja, das ist doch. Und jetzt gibst du mir natürlich aber deine Flügel trotzdem nicht, wahr? Ach doch. Der hat auch der Luca jetzt. Der ist einfach nur im Weg. Der Luca hat sich erst mal die Flügel gegönnt. Wo ist er jetzt jetzt? Hau da ab oder was? Wo ist er jetzt hin? Luca, gib sie wieder. Die sind nicht für dich. Luca wird es gleich mitkriegen, dass der Flügel angesammelt hat. Ich hoffe mal, das kriegt er bald mit. Sonst schreibe ich jetzt mal. Warte mal. Wie kann man denn eigentlich so schreiben? Warte mal. Das geht doch irgendwie auch. Das geht nicht. Optionen? Geht auch nicht. Äh, chatten? Hier muss doch irgendwie chatten gehen. Geht doch bei jedem Spiel. Soll ich das hingebauen? Soll ich auch nicht. Das ist ja wieder mal... Was war das jetzt? Ja, das ist der Leck. Das ist nicht der Leck. Doch, das Leck. Nee, das ist das, was der Markim uns extra gegeben hat. Was? Na, wenn du zweimal nach vorne drückst, da rennst du. Ah, ich habe Schmetterlingsflügel eingesammelt. Die hat der Luca gerade hingeworfen. Okay, schützt. Und wo sind die anderen? Die habe ich nicht. Dann renn doch mal nicht weg. Wo bist du jetzt? Ich bin hier. Na, dann komm mal wieder zurück. Guck mal. Wir haben den Luca gefragt, ob er uns die gibt. Und dann bist du weggerannt. So. Renn doch nicht von mir weg. Na, ich habe sie. Ich habe sie doch. Wo bist du denn jetzt? Ich bin vor dir. So. Das war oft, kleine Diva. So. Wir wollten schon vor eine Stunde gehen, die Fleischwand fällt. Ja, wollten wir. Und es zögert sich immer hinaus. Jetzt gehen wir runter. Jetzt gehen wir runter zur Fleischwand. Okay. Danke sehr. Übrigens. Kein Problem. Gut. So, dann gehen wir runter. Äh, Markim, bist du schon unten? Ich bin auch für mich nach unten. Ja, siehst du, Markim geht schon. Ach so. Dann komm mal in das Team Gelb, bitte. Ist er doch schon. Ach so. Nee, weil ich noch mal raus bin. Ach so, wache doch schon. War ja. Wollen wir mal gucken. Was, ihr seid alle über mir? Ich bin schon lange nach unten. Der Weg nach unten ist erschwerlich. Ich bin direkt unter die Beine. Was ist das denn für nästiger Schleim gewesen? Aus. Ich bin direkt unter die Beine von dem Skelett durchgesprungen. Okay. Ach so scheiße. Wir. O. Wir. Untertitelung des ZDF, 2020